Darf es einer Ministerin egal sein, was ihre Wähler denken? Es ist ein Satz von Annalena Baerbock, der jetzt diese Frage aufwirft und eine große Diskussion auslöst. Es geht um diesen Auftritt hier von Annalena Baerbock in Prag. Da sitzt die Außenministerin auf der Bühne und spricht über ihre und über die deutsche Solidarität mit der Ukraine. Und dann sagt sie eben diese Sätze. Ihr Versprechen an die Ukraine, das halte sie egal, was ihre deutschen Wähler denken. No matter, das gucken wir uns nochmal als Zitat übersetzt an, weil diese Aussage jetzt für so viel Wirbel sorgt. Wenn ich den Menschen in der Ukraine mein Versprechen gebe, ihnen so lange beizustehen, solange sie uns brauchen, dann will ich das auch halten, egal, was meine deutschen Wähler denken. Es gibt viel Kritik, vor allen Dingen von der AfD, von der Linken, aber auch aus der CDU von Außenexperte Norbert Röttgen kommt scharfe Kritik. Er schreibt bei Twitter das. Liebe Frau Baerbock, das ist unnötiger Scheinheroismus. Die Mehrheit der Deutschen, die sei dazu bereit, die Ukraine weiter zu unterstützen und so weiter. Und dann schreibt Röttgen, es gehe darum, in der Politik die anderen mit guten Argumenten zu überzeugen und nicht mit solch einem Basta. Darf eine Ministerin das sagen, dass ihr in diesem Fall zumindest der Wählerwille egal sei? Darüber sprechen wir mit dem Fokus-Kolumnisten und Autoren Jan Fleischauer. Schönen guten Morgen, Herr Fleischauer. Guten Morgen. Riesen Aufregung, Wirbel um diese Baerbock-Aussage. Ihr seien die Wähler egal und das als Ministerin. Ist das jetzt ein Skandal? Ist das sogar, wie das bei Twitter insinuiert wird, Hochverrat? Heißt es eben nicht noch, dass die Politik sich nicht darin erschöpfen solle, dem Wähler nach dem Mund zu reden? Vor allem dem eigenen Wähler, dass also Politiker über die eigene Parteibasis hinausdenken sollten? Also die Aufregung, interessanterweise, macht sich an einem leicht veränderten Zitat fest. Also diejenigen, die das dann als besonders skandalwürdig in Umlauf bringen, sagen, tut immer so, als ob Frau Baerbock gesagt habe, ihr seien die deutschen Wähler egal. Nee, sie hat dann gesagt, ihr seien ihre Wähler egal. Sie spricht im Ausdruck von meine Wähler. Ja, und das finde ich noch erstmal jetzt nicht so skandalös, wenn ein Grünen-Politiker sagt, dass eben die Grünen nicht an erster Stelle stehen, oder? Das ist jetzt mit viel Ironie und trotzdem deutet diese Aussage ja auf ein Problem hin, das gerade auch die Bundesregierung hat und wahrscheinlich zunehmend haben wird Richtung Herbst, Richtung Winter. Dass nämlich der Druck zunimmt, dass wir alle unsere Gas- und Stromrechnungen bezahlen müssen, die ja maximal teuer geworden sind. Und gleichzeitig wird die Regierung eben weiter das erklären müssen, warum man gleichzeitig eben unbedingt Solidarität üben möchte mit der Ukraine. Das sehen viele Deutsche in dem Widerspruch und darauf deutet ja diese Aussage hin, Herr Fleischauer. Ja, der Krieg in der Ukraine, also der Überfall auf die Ukraine kostet uns was, das sehen wir. Also die ersten haben ja schon die neuen Stromrechnungen bekommen oder die ersten ankündigen, was demnächst das Gas kosten wird. Und deswegen überlegt die Bundesregierung ja auch, wie sie denjenigen, die damit überfordert sind, helfen kann. So, aber würde ich sagen, also da würde ich doch meinen Zorn erstmal Richtung Moskau richten und nicht an die grüne Bundeskanzlerin. Denn was ist jetzt ehrlich gesagt die Forderung, dass wir unseren Separatfrieden mit Moskau schließen? Es sind ja interessanterweise auch eben deswegen Leute vor allem empört, jetzt beinahe entweder der AfD oder der Linkspartei, die halt eben finden, dass wir uns darauf raushalten sollten und alle am besten wieder Norden zum 1. Norden aufmachen. In der Tat, in der Tat, da braucht es halt gute Argumente. Nur das Problem ist, wenn wir irgendwann eine Mehrheit haben gegen die Sanktionen und trotzdem muss die Regierung ihre Politik erklären. In diesem Dilemma steckt die Regierung zunehmend und steckt die Bundesaußenministerin zunehmend, die sie gerade schon zur Bundeskanzlerin gemacht haben, Herr Fleischauer. Aber so geht es nicht, die grüne Bundeskanzlerin, die grüne Bundesaußenministerin. Also was, wie kann sie reagieren, wenn ihr sozusagen die Mehrheit abhanden kommt unter den Deutschen? Na, also noch ist die Mehrheit nicht verloren. Die Umfrage, die ich gesehen habe, ist jetzt noch nicht so, dass die Mehrheit der Deutschen dafür ist, dass wir uns irgendwie mit Herrn Putin, dem Aggressor, ins Benehmen setzen. Sondern die Mehrheit ist nach wie vor der Meinung, dass es richtig ist, dass wir die Ukraine unterstützen. Und ich erinnere doch nochmal jetzt vielleicht an Helmut Schmidt. Der war übrigens Bundeskanzler, anders als Frau Piaberg, Sie sehen, Gedanken etwas vorausgeeilt. Alle haben ihn wahnsinnig gelobt dafür, dass er damals den NATO-Doppelbeschluss durchgesetzt hat. Und zwar gegen seine eigene Partei und auch große Teile im linken Spektrum. Und das fanden alle wahnsinnig ehrenhaft. In diesem Fall sich über den Wählerwillen im eigenen Lager hinwegzusetzen. Und darin gemessen, finde ich, macht Frau Baerbock nicht das Falsche. Das hat ja so viele empört. Und viele haben gestern sofort an den Amtseid von Annalena Baerbock erinnert. Haben wir gerade schon gezeigt. Können wir gerade nochmal kurz reinhorchen an den Höhepunkt ihrer Karriere. Also an den von Annalena Baerbock, als sie eben vereidigt wurde von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas im Bundestag. Der Eid lautet, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ich schwöre es. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Ihre Aufmerksamkeit. Die entscheidende Frage jetzt, Herr Fleischhauer, verstößt Sie gegen den Eid, wenn Sie jetzt in Prag sagt, mir sind die eigenen Wähler wurscht? Nee, ganz im Gegenteil. Also, ich meine, die Unterstützung der Ukraine machen wir doch nicht, um das deutsche Volk zu quälen. Die Unterstützung der Ukraine machen wir, weil wir davon ausgehen, wenn Herr Putin das schafft, sich die Ukraine zu krallen, dass er damit nicht Schluss macht. Das hat er auch angekündigt. Da sind dann als nächstes die bayerischen Staaten dran. Ja, und dann weiß man gar nicht, wo er aufhören will. Ich meine, es ist ja erklärtes Ziel der Russlands, die Grenzen, die nach der Wiedervereinigung gezogen wurden oder im Einheitsprozess, aufzulösen. Also das alte, vor 1989 Europa wieder herzustellen. Und ich glaube, und das ist ja auch die Argumentation der Bundesregierung, dass der Preis, den wir dann zahlen, wenn wir die Unterstützung der Ukraine einstellen, sehr viel höher ist als ein kalter Winter. Und insofern, nein, aus meiner Sicht wird Frau Baerbock in diesem Fall ihrem Amtszeit gerecht. Aber, jetzt doch nochmal ein Wort der Vorsicht, das gilt jetzt für diesen Fall. Also das ist nicht der Pauschalcheck für alles Weitere, was in den nächsten sechs Monaten folgt. Ich weiß schon, es tut Ihnen ein bisschen weh, die grüne Außenministerin zu loben. In diesem Fall aber trotzdem ganz klar hinter dieser Aussage, die für Jan Fleischauer eindeutig Haltung beweist. Danke Ihnen heute früh. Tschüss, Herr Wiese. Tschüss. 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 Tschüss.